und herzlich willkommen zu einem lead of legends let's play mit dillie lp als mafia jinx mit florian xd 17 als katharina und mir als schattenfremds meister wir gehen zu zweit dort also erhält sich so nicht ich weiß super potlär kombo bester support er war ist so wer ist ein supporter von uns beiden ich bin ein paar die ist es ist denn hier los alter bvf wie viel prozent habe ich mir 100 und sollst theoretisch gleich losgehen ja cool, weil wir haben zwei keine Verbindungen, das ist irgendwie ein bisschen aus uns oder gegnerisch? nein, der Ayad HD und der HiPolitico okay, und wir spielen gegen Zwiebelbro 83, Tuba Hühnchen, Trollface HD 2002, Space Gator und Reaktor 2003 so voll die guten Namen, ne? alles top Spieler, Leute, Mr. Aiden Tuba Hühnchen ist so wie ein Bester und stimmt, Florian, du spielst jetzt auf Midlay gegen Kalista nein Suraka, Support Kalista, oder? ja, klar frechseitig, wo geht Timo hin? Timo, ne, müsste top lane gehen, hat teleporten ich denk mal, naja, ich weiß nicht ah, jetzt hat Iona ein ich denk mal, Rundle wird mitgehen ah, nein, das ist jetzt nicht na, es geht, er, es kann richtig, geht, damit rauskommen muss man sagen ich meine jetzt Iona, Jee den Skin ja, hier sieht das scheiße aus, aber ich finde, der Geld mit den besten G-Skins na, ich finde irgendwie Kopfhäge je besser ja, ich finde ja auch, was man nicht immer okay, kannst du, kannst du, kannst du den Stand als erstes nehmen den Stand als erstes aufrüsten ja von mir aus ja, dann geh ich oh, schade, da warst du gestern nicht da guck, ich finde Iona, die lohnt ja, Jee, sieht am besten aus, findest du nicht keine Ahnung, Slack gerade nicht, schade ja, das sieht cool na, mir geht ja, geht ja, warum machen wir Slack ich hab immer so crazy, ich hab immer 60 FPS oh, ich mach Timo oh, ich mach Timo ach, was für andere Timo ja Timo ist mit Timo ist mit Timo ist mit ja, muss klar keiner machen muss nochmal aber ich hab jetzt keinen ach ja, was muss er denn hier machen, ey ich glaub ich tue die Musik etwas höher kann man bitte mal so stehen bleiben, danke nein, jetzt geht das wieder los ich will, ob das jetzt so ohja 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 wenden wir jetzt kommt Jonas an, wenn ich das hochlade dann kommt er wieder an Köln die E-Mann hat viel weiter Hilfe achten schade Alter, ich glaube nicht, es gab aber deine Jogladen Hilfe so, Töman, jetzt machen wir den Quiz. Was ist der richtige Ausdruck für das, was wir gerade gemacht haben? Nee, danke. Ja, dann so, oh, Strike! Weg! Ach, nein. Du musst weg! Okay. Wo ich den komischen Brock gemacht habe, bin ich einfach nicht Level 2 geworden. Wo ich gechangelt habe, es war richtig gut. Ja, klar, dann hat irgendein so ein Helfer was abbekommen. So. Nein, ich hatte übel Start-Level-Aufstieg, aber ich hab den nicht bekommen. Ja, hat dir wer geholfen aus dem Team? Ja, klar. Ja, dann hat der ein bisschen XP abbekommen. Warum? Ja, weil er zu spät weggegangen ist. Sind eigentlich alle relativ früh weggegangen. Das hier. Okay, wir spielen anscheinend gegen gar keinen. Das weiß ich, das ist ja klar. Okay, da ist Dings. Oh, so Raka-Blue. So Raka? Vielleicht geht die auf Damage. Das wär lustig. Ja, klar. Ja, ich kann ja, da muss reinlaufen, da muss erst mal herkommen, ne? Ja, klar. Ja, klar. Okay, also ist das dem sein Ernst? Dem sein Ernst? G wurde gerade exekutiert. Erstens, das ist G. Zweitens, der wurde von einem Minion gekillt. Das ist schon gar keine Q. Ich weiß gerade, ich hab die Q nicht. Dung ist der Typ. Das war voll gut. Was macht die, Alter? Lass sie doch. Oh, nee, oh, nee. Steh einfach afkar rum. Okay, ich hab meine Q noch mit. 100 Damage heute. Ja, das ist... Wenn du die Starn bist, ist die sofort tot. Also, ich, ich hoff's. Wenn du dann noch mit richtig angreifst... Ja. Dann passt das. Ja, klar, ich kann ja einfach meine Q reinhauen, aber dann muss ich sofort weggehen, weil Mana. Ich muss erst mal gucken, wann ich das Video hochladen, ne? Kannst du warden? So. Meine DP-Anzahl ist gerade viel zu hoch. Das ist echt extrem. Okay. Ich hab das gemacht. Alter, was macht die? Aber die Ziele und muss die Name. Es war gut. Ja, ich bin ein Männer, oder? Scheiße. Du kannst reist du auch nicht mehr. Ja, wie denn mit dir. Das ist ja nicht so. Jetzt, ich hab die Frage. Und wer muss das? Also, das ist das? Ich hab die Frage. Ich hab das bestätig. Stefan Löw, ich hab die Frage. Ich hab die Frage. Ich hab die Frage. Ich hab die Frage. noch reinfallen, um aufzupuschen. Mach auf den super tollen Trick. Die kommen einfach nicht zu sein. Komm jetzt ran. Ja komm, wir auf den jetzt noch. Komm, lauf rein, lauf rein. Scheiß, ich bin zu dumm, Alter. Das haben sie toll gemacht. Warum habe ich das? Alter. Es ist mal richtig spät. Nein, ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Wird leicht, weil mein... Level 6 hab ich ja so ne Art. Ja, klar. Ja, du... Naja, da kommst du nicht mehr raus, oder? Vielleicht bringt auch nichts mehr. Nee, die können sich gar nicht mehr überlegen. Mach rein. Okay, komm. Oh ja, jetzt hat mein scheiß Vieh. Naja, das ist bloß. Na, malte. Die haben mein Vieh angegriffen. Komm ran. Schön reingelaufen. Nice. Scheiße. Ich hab' solche Mana-Problem. Ja, Mann. Soll ich... Soll ich weggehen? Ja, ganz schön. Wenn du Watt hast, wurde aber davor. Wo? Im Jungle oder hier? Da. Na, es geht eigentlich noch vom Life her. Ich bleib' noch ein bisschen da. Du kannst ja bis Level 6 bleiben. Ja. Ja, die geht auf mich, die geht auf mich. Die geht hart auf mich. Ja, klar. Du bist ja der ADC und ich bin da halt super toller Supporter oder so. Ich weiß, ich hab' keinen Mana mehr. Ja, ich auch nicht. Ja, Leute, was hat denn das? Scheiß, Mann. Ich mach' aufhör, hier mich zu foken lassen, ja. Ich muss back. Jo, ich greif' Kalister an. Ich bin tot. Je verkackt. Wie sieht's bei dir aus, Flo? Ich hab' gerade, ich hab' von Steemo getötet. Hab' das nicht im Dings gelesen? Nee, irgendwie nicht. Alter, der je verkackt. Wenn du da bist, geh' ich back. Jo. Muss man mal anstieg laufen. Ist die hier drin? Soraka, die ist hier. Achso. Ist relativ low. Guck da. Gut, ich gehe weg. Shit. Shit, shit, shit. 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 Scheiße, Mann. Ich bin richtig hot down. Kalister hat mich übelst hot down gemacht. Ich bin richtig hot down. Wie so bist du Solo Life? Kalister. Ich hätt' die fast gekriegt noch, die Dings. Wenn du Ulti hast, sand ich. Und du tust wirklich gleich mit Ulti drauf, ne? Ja, ich bin gerade dick in trouble. Merk schon. Naja, komm. Hat auch kein Wander mehr. Wie viel brauchst du noch bis Level 6? Level 6 kaum. Ja, ich bin richtig hot down. ich habe gleich Level 6 auch noch ein bisschen mit Minions. Alter, ich bin schon Level 9! Ja, ist das ein Wunder, du bist Midlane. Okay, ich gehe erstmal back, ne? Warte, äh, ich kann sie jetzt dann, wenn du den Ulti drauf hast, schaffen wir das. Ja, hab Ulti. Warte. Warte. Ich will jetzt, ich werde das lassen, wenn diese Zeit sind. Ja. Mach Ulti, 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 Ulti. Ich habe doch gesagt, dass die Ulti machen. Das bringt aber nichts. Was will ich denn die Ulti zu früh machen, ne? Du sollst sie, du musst sie ja nicht damit killen. Hättest du die früher gemacht, hättest sie noch, äh, hättest du sie vielleicht noch mit meiner Q getroffen, dann wäre die tot. Hä, hä, was wäre denn da gewesen, wenn ich sie früher gemacht hätte? Dann wäre sie früher lowlife. Und nicht erst da. Verstehst du? Jetzt hat ja keiner gesagt, wer wen supportet. Ja, gut. Wo ist denn der, ihr Jungler aus der AFK? Also, bei uns war er noch nie... Ja, der ist AFK, next size AFK. Frandl. Jawohl, hat ihn gekriegt. Ah, hm. Dumm. Hallo, ich bin nicht gebursch. Ach, du. Kann ist da, Alter, weißt du, fick dich doch. Ich hab gleich wieder Ulti. Ich auch. Ich hab sie wieder. Warte mal noch 10 Sekunden. Ich hab hier nie mehr. Ich hab, wie kann ich das kaufen? Ich hab ein bisschen mehr. Ich hab ein bisschen mehr. Ich hab die Fokus in Kalista. Ich hab... Ich hab kein Mana. Also. Scheiße, Mann, ich krieg die nicht mehr. Ich hab keinen Mana. Komm, 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 wo ist die? ich hatte kein manner so hallo kalister nein komm die musst du kriegen die fang so wacke komm die musst du die musst du mist ich wollte eigentlich so racker holen scheiß mann ich war mega down das ist zu machen imzige 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 das wird lange gehen bist du eigentlich gestorben? ne ich hab voll wenig Farmpapen oder auch ich ulti oder auch nicht what the fuck sagt doch was lass mich hier verstecken ich ulti und dann kannst du ja auch gleich ulti oder? ach so ne hast du ja erst ich hab mal ich halt zehn Sekunden nein sieben, sechs, fünf Sekunden theoretisch könnten wir jetzt reinrennen ich ulti, dann ulti sofort gleich noch ich schaffe mach ich noch die Q du kannst ja noch stun ich hab mal ne Q ich hab meins dann ich hab eigentlich alle Attacks stun habe ich aufgelevelt oh naja ich müsste auch eigentlich dann kann ich mir meinen nur das Wörterkern holen naja oh dein Vieh ist gewachsen cute ne? jetzt müssen wir schauen, dass er dich mittanzt ja, es tanzt mit! what the fuck oh man oh man find ich doch die scheiß Fieke als du erst tanzt noch so und dann stirbt sie einfach weg ja wie immer halt, ne? ich bin nicht im Busch ich bin nicht im Busch ich lockte jetzt raus dann ulti, ich bleib drin oh ja ich bin nicht im Busch oh, ich bin nicht im Busch oh, ich glaube, die kommt zu euch ja, er kommt krass was will der hier? keine Ahnung der Tau hat der Elfen oder was? oh, sieht so aus ja, was macht sie denn? wie hab ich das jetzt gemacht? ach so, Tower Tower das war Fail du hättest den Kill gekriegt? hier, oder? ja, ja, klar was soll doch sein das war richtig Fail von mir ich war ein bisschen zu spät dran hä, es ist bloß noch Trundle, Kalista und Soraka, die anderen beiden sind AFK ja, ich push weiter durch ich hab jetzt mega hart Geld hart Geld ich mach jetzt etwas damit ok, es kommt wieder kommt wieder, kommt wieder aber unser Garen und so ist auch fragst du mich, ne? was ist mit dem los? AFK krass das wäre unser zweiter Toplaner gewesen hm, ich seh schon ok, ich hab jetzt den Hurrikan unser zweiter Toplaner? ja ok, ihr habt den Hurrikan äh, unser Toplaner, mein ich jetzt das war das war so wo ist er denn hier, mein Freund? Kann da also das Monat aber es gibt wie native es war sehr aber ich bin auch schon da jetzt schon sehr krass aber jetzt habe ich das ding äh ich wollte du kriegst sie nicht ich mach scheiße so hörst du mir 5, 7 ich glaub mal ein Kill, du hast schon ein Triple Scheiße die KM auch weiter mit dem ich erinnere Scheiße jetzt geht es ich bin manchmal übelst verkrumpelt auf meinem Haus und abbilden sonst was die B ja ja ich konnte fast die Lauf ich bleibe ich glaube nur die Mäscheine ich habe ich auch noch ich habe Schutzengel weiter drauf es gab Tee mann ich dachte ich denke erst mal ein Tower weg er hat die Bäckermann es hat es auch nicht gebraucht Lobo sich nicht so nah ran ja es sind du bist relativ low-life da jetzt weiß ich nicht mehr es ist richtig jetzt mache ich überhaupt kein damit 380 AP ist nicht schlecht aber du musst dir mal mehr kaufen Florian, geh mal noch mehr auf ARP ja ich werd jetzt mit Kata nicht so tanken gehen, aber eigentlich an ihren Angels passen oh ja, wenn die Tabern hab ich dann wieder alles ja ey Mann, ich will auch ey komm, du schaffst ja doch alleine ich dachte grad mit Level 10 den Blue nicht alleine zu schaffen ach, du willst du mir game? oder? wow wer sollte das grad? ich hab keinen Plan na, ist gar nicht unser Genre ist aber auch gut ich hab gleich Blut, äh, ich können mir jetzt eigentlich Blutdürfst du holen jo, Timo, was geht bei dir? scheiße, ich hatte mein, ich hatte fast mein Ulti gedrückt aus Versehen danke, ich hab's verkrüppelt auf meine Maus rumgehauen na, mein auch mal warte, fuck alle 900 Damage, der Typ hat ja, je, tankt erst mal Tauern noch einmal treffen und tot fickt sich doch so raka, den hab ich ey komm, du hat alles gemucht, hilf ich will auch mal ich hab für den Typen geholtet und du lass mal reinlaufen oha, Trundle oha, Trundle äh ich hab so scheiße immer ein Problem das Problem na, das bringt nichts man, alter, ich hab fast 3000 ich kann mir jetzt locker den Blutdürfst du holen, aber ich will nicht back gehen, weil hier ist gerade so schön so, äh, G achso, ein Tower was macht er denn? ah, scheiße! scheiße, sagt man übrigens nicht Kinder man sagt immer, Schabett Leister na, nein scheiße, ich kenne den Tower hat nicht gereicht, tankt die Tauern einfach zu gehen sieben Mana die scheiße, ich will nämlich warum meine Bildschirmränder so rot sind, ne ah, so durch, nimmst du mit Shadowplay auf, ja ja, klar nein, nicht deshalb, sondern weil mich hier die ganze Zeit Minions anhauen man, ich konnte mir nicht mehr Blutdürfst erkaufen ach, Mann Machen, mach aber mach ich die ganzen Tauern Gott PDF ach, ich bin nicht mit Blutdürfst nein, ich will die nicht killen also, ich will dich, gew스를er, jetzt noch nicht na, nicht mal 30 dreißig es ist scheißegal das ist doch mal bitte kommen warum die Minions machen das eh so ein schönes Game ich hätte also ich 439 APS voll krass scheiße juhu gg ein geiles Spiel good game Empire gleich Werbung kriegt dafür Geld hm gut sch 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 Untertitelung des ZDF, 2020